Hallo und herzlich Willkommen mal wieder zu live Wot Zocke Rino Zocke Roni Und ja ich bin gestern in Rudi ziemlich viel gefahren weil Credit Bonus aktiv war und ich Bock auf den Shit hatte Und weil er ja auch ganz gut Credits macht Hab mich dann aber dann und genau wollte dann halt einfach jetzt gerade hatte ich eigentlich gedacht Ja okay dann machst du einfach mal wieder mal ein Let's Play Weil ja ich wollte jetzt halt den Let's Play machen Und ich wollte eigentlich den Rudi nehmen und dann ist mir eingefallen Eigentlich könnte ich mir ja mal in diesem Video mit euch den Rampage Modus angucken und diese Missions Die ja so schwer sein sollen Um Test zu auffallen ist es nicht ganz so schwer aber scheinbar tatsächlich nicht so easy zu sein Und wir schauen uns die jetzt mal denke ich einfach an ich gehe mal hier auf Rampage Äh ich will Steel Hunt Äh ja wir zocken erstmal Steel Hunt Können ja noch den Rest vielleicht danach zocken So Missions Kann ich? Ja ich kann durchswitchen Was müssen wir denn hier machen? Earn at least bla 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 Warte mal das ist das Domination oder? Ich bin doch jetzt bin ich jetzt im Steel Hunt oder ein Domination? Steel Steel Hunt Delivert oder destroy at least 2 Flags Flags only appear in Battles Ja das können wir schon mal knicken Und das könnten wir machen Oder versuchen Destroy one area due in the first middle of the battle By shooting or ramming Hm Ja wie soll's Komm das können wir eigentlich mal machen 6000 Schaden Ich denke das ist machbar Wofür sind die eigentlich? Ich check dieses Ich 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 Das ist bei mir vorbei Es ist an mir vorbei gegangen Muss ich tatsächlich sagen Wofür sind die? Ich habe nämlich keine Ahnung Wir nehmen mal ein Objekt 140 mit Ich habe in der Runde um Testi Das war glaube ich meine erste Da habe ich glaube ich 11.000 Schaden machen können Eigentlich eine T92 mit Und hab mit AP Ich weiß nicht wie viel Schaden gemacht Ich habe richtig Richtig schön raushauen können damit Ich weiß noch was Come on YOLO Ja doch machen wir Machen wir Ich hoffe ich habe die Mission ausgewählt Ich bin mir nicht mehr ganz sicher Ich hoffe man Ich hoffe es einfach mal Ich glaube aber schon Ja Ich glaube ich glaube schon Ich hoffe wir finden überhaupt ein Battle Weil wie man sieht 15 Leute in der Warteschlange Ich meine die Modi werden ja sowieso nicht so ganz viel gespielt Und wir haben jetzt gerade 14 Uhr Ich wollte gerade sagen morgen sagen Ja wir haben 15 Uhr fast Und Und Ja Ich habe jetzt Ferien erstmal Das freut mich sehr Weil ich jetzt einfach auch mal wieder etwas mehr Zeit habe Um zu zocken Und Ähm Ja Ich werde sehen dass ich nächste Woche das RNG Video raushaue Oder dass ich das nächste Woche fertig kriege Ähm ich habe damit natürlich angefangen weil ich halt keine Zeit hatte Und habe mir dann gedacht ja okay machst du den Fehler dann habe ich genügend Zeit Wurde nämlich schon gefragt in den Kommentaren und ich wollte das nochmal für alle sagen Ähm also ich werde mich dann nächste Woche da setzen und ich denke mal ich werde es dann in der Woche fertig machen Und Dann nehmen wir aber keine Arti mit Weil ähm Ähm Oh wait 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 Deswegen Ich will nicht so viel drauf zahlen Ähm weil in einem Ding ist ja alles eins versus eins ähm Ähm warte warte Das ist Bullshit Ähm da ist ja alles mehr oder weniger alle gegen alle Und ähm In dem Modus ja nicht Und Im Hat man das Genau Stilhand Modus geht das definitiv mit Arti Wenn man hat dann ab und zu halt mal einen Gegner wo da Wo da nur einer ist Und dann batterst du ihm halt mal eben 2000er mit der T92 rein Das macht schon Bock Das ist definitiv schon nice Aber ähm Ja In diesem Modus ist es glaube ich weniger empfehlenswert Aber leider sind hier auch nicht so viele Leute drin Ich meine es sind mehr oder weniger Bisschen Scheint zumindest so dass hier mehr Leute drin sind 25 schon mal in der Queue Und das ist in kürzerer Zeit als gerade Und nice wir haben Battles Sehr schön Ja das freut mich Ähm Nachteil ich habe keine Mischung ausgewählt Fuck Fuck Nooo Oh shit Ja ich habe für den Modus keine ausgewählt Fuck Wir haben 8er hier drin Oder war das gerade einfach nur WTF Okay Was soll ich sagen Ich habe die Modus seit Unvorstellbaren Zeiten nicht mehr gespielt Also ich habe es eigentlich nie wirklich aktiv gespielt Also Deswegen Kann mir jemand in die Kommentare schreiben was diese roten Dinger sind Ich schicke die nicht Ich schicke die nicht Naja vielleicht kann ich mir da auch einfach die Details durchlesen Das funktioniert vielleicht auch Maybe, maybe, maybe So hier sieben überholen mich mal ich will mich nach links They taken the flag Oh fucking shit Come kill it kill it Nice Ja ich weiß nicht wie ich da hätte besser aimen können To be honest Ist immer eine blöde Position ABER Wupps Wupps Daisy Ähm Bin eigentlich relativ zufrieden Wie ich ihn da erwischt hab Kann ich überall in T490 schießen Oh nein 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 nicht mich wieder nicht mich Ja nice Wow, ey. Wow, Team, wow. Ja, wir haben so ein bisschen blöd mit der Positioning hier. Wir haben nicht viel von der Map, das ist ein Problem. Ui. Lorraine. Lorraine. Come on. Come to me, Lorraine. Lorraine. Hm. Ne, ich hab die noch nicht, oder? Ne, ich hab noch keinen. Warte, die Unterstützung. Okay. Okay. Ey, der Jehuna macht da richtig Stress, ey. Es steht einfach. Es steht echt gut. Oh, ich hab's geahnt, dass der da rumkommt. Ich hab' ein Doppelkill machen können. Schade. Der will doch sicher noch einen Schuss. Komm schon. Worth it. Fucking worth it. Und Ed failed. Nice. Ja, das würde ich echt mal als worth it bezeichnen. Sehr da. Ist da noch was zwischen? Oh fuck. Ja. 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 Boing. Kann man das irgendwie abbrechen? Ja, okay. Schade. Ich hätte da gerne richtig reingewurstet. Boing, der Tief hat aber auch Anlag, muss ich glaube ich was sagen, wenn das jetzt schon wieder der war. Ich glaube, das war der schon wieder. Scheiße. Scheiße. Mann. Will's Batman. Ah, das war nicht so schlau gesetzt. Scheiße. Ach Mann. Oh, ich hab' noch eins, oder? Nein. Nein. Oh. Oh. Schade. 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 So, ich komm' noch einen Treffer, dann hab' ich auch schon... Schade. 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 Bleibt da an der Ecke stehen? Ich kann ja nicht fahren dabei, okay. Das ist cool. Shit, ich wollte ja nicht tracken. Fuckin' RIP. Oh. Man, das ist doch kacke. Wie schnell geht das denn mit dem Reparieren? Das ist doch, das ist doch Arsch. Okay. Naja, ich muss mich, denke ich, noch ein bisschen damit quasi einarbeiten, bis ich das irgendwie kann. Ach, nice. Ah, super, ja. Ich bin tot. Keine Ahnung, was mit unserem Team ist. Aber es scheint nämlich nicht zu sein. Kann man denn? Ah, man kann nicht mehr nachspawn mit allen. Ah, okay. Dann verstehe ich auch, weswegen von unserem Team einfach nichts mehr übrig ist. Ah, okay. Ja, das ist jetzt ein bisschen blöd, weil wir können das Match jetzt einfach mal noch richtig throwen. Oh, fuck. Jetzt muss man echt vorsichtig spielen. Okay. Ne, das wusste ich auch nicht. Sonst hätte ich auch ein bisschen vorsichtiger gespielt. Ähm. Tender Artikel. Ja, der wird repariert, bevor ich fertig bin. Oh, shit. Ich dachte, dass ich ihn eventuell nochmal treffen kann. Just a try. Oh, Runde ist zu Ende. Oh, nice. Wir haben gewonnen. Nice. 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 Das freut mich doch. Jo. Schon Runde. Nice. Also mich freut das gerade echt. Danke. Nice. Nice. Ich mag den Modus echt, weil es echt einfach nur stupides draufballern und töten ist. Äh. Außer man will halt cappen oder so. Aber das ist jetzt nicht nur mein Ding. Und man kriegt tatsächlich jetzt auch mal gut Credits plus. Weil das war so ein Argument, weswegen ich gesagt habe, nö, den Modus werde ich nicht spielen. Weil es einfach total schlecht Credits gab. Meistens war ich 20.000 Minus. Klar, ich schieße mit dem FV Gold. Aber das ist natürlich immer so nicer. 40.000 plus ist geil. Super geil. Nice. Ach, das freut mich. Nice. Ähm. Ähm. Ja. Experience and victory. Ah, okay. Bin ich gespannt. Ähm. Ich werde jetzt einfach mal die 6.000er Mission machen. Don't lose more than one. Oh. Okay. Okay. Oh. Das ist kacke. Äh. Was kriegt man bei Secondary? Ah, okay. 150. Ne, brauche ich nicht. Das ist kacke, Mann. Fuck. Aber warte mal. Wenn ich jetzt 6.000 Schade mit dem FV mache, was ja durchaus möglich ist. Und ich dann sterbe. Das heißt, dann habe ich die Mission dann trotzdem. Weil ich habe ja die Mission theoretisch erfüllt, bevor ich... Ich muss mal kurz gucken. Gut. Ich habe sie ausgewählt. Ähm. Ich habe die Mission ja theoretisch erfüllt, bevor ich dann gestorben bin. Und danach dürfte ich doch sterben müssen, oder? Sorry. Naja. Ich weiß nicht. Werden wir rausfinden, denke ich mal. Falls wir überhaupt zu diesen 6.000, äh... D-Marge kommen. Bin ich mal gespannt. Aber naja. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Falls wir dann dann ein Match bekommen. Jep. So, so, so. Ach, ich... Ah, ich glaube, ich... Ah, ich glaube, ich... Ah, ich glaube, ich verstehe den Sinn von diesen, äh... ES7 Dingern. Ich glaube, die kannst du quasi... Das ist dann für die Leute, die keine 10er haben. Ähm. Damit die die quasi bekommen können. Also, damit die halt auch mit 10ern fahren können. Ich glaube, ja. Das... Das macht irgendwie Sinn. Ja, das macht... Ja. Das macht... So, ich werde keine Flagge nehmen. Ich, äh... Will keine Flagge. So, das waren jetzt schon mal 2.000. Und? Okay. Haben wir noch extra Punkte dafür, dass ich den... Flangenträger damage habe? Ich glaube sogar, ja, oder? Oh, the dream, boys. The dream. Nein! Noooooo. Rip dream. Muuuuh. Maaann. Feelsbad, maaann. Oh, fucking shit. Komm, FFZB, du willst nur noch einen Schuss verlieren. Ah, nicht wirklich great shot, aber at least I hit. Oh shit, der fährt ja JOLO-mäßig rein. Fucking shit, das habe ich jetzt nicht erwartet. Naja, weg, ist weg. Fuck, 100%? 100%! Come on man, come on! Ah fuck, der muss jetzt da hin, Maiko, ne? Shit, shit, shit. Ah ja, okay, die kommen hin. Man, scheiße, ich hätte ihn richtig one-hinten können, ey. Das wäre richtig, das wäre richtig nice gewesen. Ach, Mann. No, please no! Ich muss eigentlich mal Repairn. Ich Repair da hinten mal. Ich komme nicht da hin. Come on! Ähm. Wie viel kriegt man eigentlich für Caption? Steht hier gar nicht, oder? Das fände ich mal interessant. Naja. Dann muss ich mich mit ein bisschen mehr reinfuchsen in den Modus. Weil es ja echt sagen muss, man macht der Modus tatsächlich, wir haben beide Modi so gut. Äh, sehr viel Spaß. Das ist, also... Ich feier das. Okay. Boah, ich stehe total nämlich. Scheiße, ich hab's geahnt. Shit. Ja, ich glaube, das geht nicht schnell genug, ja. Vielleicht, äh... von uns ist doch... Oh, lol. Das hat ja gar keinen Schaden gemacht. What the heck? Das war ja einfach echt... Das war echt kein Schaden. What the heck? Nein, 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 nein. Ich wollte nicht nehmen. Shit. Wo muss ich jetzt hin? Ach, da hinten. Okay. Nein. Ja, okay, jetzt rufen wir ab. Ja, ich denke, scheinbar haben die Gegner keine Fahrzeuge mehr. Die haben keine Fahrzeuge mehr. Ach, fuck, man. Schade. Die Mission habe ich schon mal nicht geschafft. Einfach, weil ich nicht den Schaden ausgeteilt habe. Das war aber auch blöde Treffer, muss ich tatsächlich sagen. Das ist... Blöd gelaufen, was das angeht. Aber zu wenig Damage gemacht. Nein! Mann! Das waren zwar nur 1,5 ab... Wobei... Ne, hatte ich nicht geschafft. Ach, Mann! Was für eine Scheißrunde war das denn jetzt? Ja... War ein bisschen lame. Die Leute haben einfach nur gecapt. Wobei... Bullshit. Nein! Bullshit! Wir haben gerade mal 3... 3 Flangen. Okay, die gehen nach 0. Doch eine. Die sind aber... Die sind aber hart schnell gestorben. Ach, schade, Mann. Schade. Feels bad, Mann. Ja, hätte ich den T35 noch getroffen. Wären das immerhin... 5, 8 gewesen. 2,9 genug. Ah, okay. Jetzt habe ich hier Minus. Okay, dann brauche ich ordentlich Damage, um Plus zu kriegen. Ansonsten gibt es ordentlich Minus. Naja. Soweit, so gut. Das war's. Zu diesem Modus erstmal. Oder... Mit diesem Video unter anderem. Und... Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und tödödödöd.